1, 2, 3, 4 Jetzt würde ich ja wirklich gerne mit jemandem über dieses Stück sprechen. Da könnte ich noch viel mehr drüber erzählen. Aber eigentlich würde ich viel lieber über die Gegenwart diskutieren. Sollten wir nicht auch mal überlegen, wie das Museum in der Zukunft aussehen kann? Aber wie? Aber wo? Kommt doch ins Creative Museum! Auf unserer neuen Digitalplattform könnt ihr aktuelle Themen besprechen, miteinander in Austausch kommen, eigene Inhalte zum Museum beitragen und sogar das Museum der Zukunft miteinander diskutieren. Egal wann und egal wo. Musik 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 Ja, also wir stehen hier. Und diese Vase ist großartig, weil wir sehen einen kleinen Saatür zu dieser App. Die ist doch ein 6- oder 7-Jähriger, der seine Eltern begleitet aus seinem nächtlichen Zoo. Und was ist das? Genau darüber möchte ich heute was erzählen. Ich muss dich immer noch holen. Danke im Creative Museum! Musik 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 Musik